Ich habe schon in Kindestagen mich mit der Chemie beschäftigt und viele Experimente zu Hause durchgeführt, zum Leidwesen meiner Eltern mit vielen Brandlöchern im Teppich. Ich habe aber dann überlegt, das Hobby zum Beruf zu machen. Und heute beschäftige ich mich mit Polymeren, hoffentlich zum Wohle der Menschheit, zum Beispiel im Bereich der Medizin oder bei abbaubaren Polymeren. Ich mag an der Lehre vor allem den Kontakt zu den Studierenden, die Möglichkeit ihnen die Wunder der Naturwissenschaften nahe zu bringen und Werbung für unser exzellentes Forschungsteam zu machen. In unseren Studienprogrammen vermitteln wir Kompetenzen im Bereich der Problemlösung. Die Studierenden sollen in der Lage sein, Strategien zu planen und eben auch sicher im Labor zu arbeiten. Der Fachbereich bietet den Studierenden ein exzellentes Betreuungsverhältnis, eine enge Verzahnung mit Universitäten im Innen- und Ausland, aber auch Forschungsthemen in Kooperation mit der Industrie, vor allen Dingen auch hier vor Ort in Linz. Man muss kein Nerd sein, um Chemie zu studieren. Studieninteressierte sollten BISS, Teamgeist und Freude am Experimentieren mitbringen. Mein Name ist Oliver Brüggemann, ich bin seit 2007 hier an der JKU und in der Lehre vor allen Dingen für das Thema Polymerchemie zuständig.